Der ist mir gerade vor die Kamera gerannt und da habe ich gedacht, sollte ich ihn einfach mal filmen. Hi und herzlich willkommen heute wieder zu einer weiteren Folge, was ich an einem Tag esse. Es ist Samstag bei mir und es ist ein Samstag, an dem ich kein Gemüse habe. Ja, weiß ich auch nicht. Wie war denn das gestern? Ich habe irgendwie gedacht, ne ich habe gar nicht gedacht, also es gibt zwei Gründe, dass ich kein Gemüse habe. Ich habe kein Gemüse, weil meine Pfanne voll ist, noch von gestern, sprich ich kann kein Gemüse machen. Ich habe aber auch nicht mehr viel, ich habe noch einen klitzekleinen Rest Weißkohl und ich gehe heute einkaufen. Ja, deswegen gibt es jetzt kein Gemüsefrühstück, obwohl ich gerade das Video darüber gemacht habe, warum ich Gemüsefrühstücke. Naja, egal, es gibt ganz normal Haferflocken mit Chia und Paranuss und Zimt und Banane und ich zeige euch das jetzt. Ja, und das, was da in der Pfanne war, das ist natürlich von gestern und da gibt es natürlich keine Auswertung drüber, dann, wenn ich das heute Mittag esse, weil ich nicht weiß, wie viel da drin ist und so. Und ja, ich zeige euch jetzt mein Frühstück und es gab auch eine Tasse Kaffee, die ich schon wieder dabei bin auszuschleichen, wo jetzt nämlich gerade mein Stress abfällt. So, und da ist mein Frühstück. Nicht Frühstück Nummer zwei, nicht Frühstück Nummer eins, einfach nur Frühstück. Ich habe noch eine halbe Mango da drauf geschnippelt und natürlich eine Banane drunter gematscht und Zimt ist dabei und das war's dann. Das ist Frühstück. Es ist, es hat gerade zwölf Uhr geläutet und da Rumi steht an der Tür und möchte nach draußen gehen auf den Balkon. Ich habe scheiß Licht und ich habe angefangen zu kochen, nämlich die Reste von gestern. Das ist ein scheiß Blick da drauf, also drehe ich die Kamera um und zeige euch, was es so mit dem Essen gibt. So, da sind wir. Das war jetzt Essen für drei Mahlzeiten. Tatsächlich hatte ich nicht so geplant, hat aber geklappt. Da ist drin Brokkoli, Blumenkohl, Möhren, Oliven, Süßkartoffel und ich habe da jetzt noch Wasser reingeschüttet. Achso, Rest von Weißkohl vom Frühstück. Ähm, ja, mit Chiliflocken, die ich im Foodsharing-Schrank gefunden habe und Salz. Und jetzt habe ich da noch ein bisschen Wasser reingeschüttet und den Herd angestellt und das koche ich jetzt. Und dann kommt da Sonnenblumenkerne drauf für Vitamin E, habe ich nämlich gerade gekauft. Und das wird dann Mittagessen. Und da ist mein fertiges Mittagessen. Und das wäre nicht mein, was ich am Abendtag esse, wenn ich kein Dessert essen würde. Eine Kaki. Es ist halb sechs und ich habe angefangen zu kochen und ich habe noch Reste von heute Mittag. Ich habe nicht den ganzen Teller leer gekriegt. Ähm, leider. Ich war dann heute Nachmittag einkaufen. Ähm, sowohl bei Aldi als auch beim Unfühlpackladen. Migori. Nicht Tante Olga. Weil ich nicht arbeiten musste in der Uniklinik heute. Und ja, ich habe wieder das gekauft, was ich irgendwie immer kaufe und esse wieder das, was ich immer esse. Das ist einfach billig und das ist gesund und das ist einfach, weiß ich auch nicht. Unverpackt. Unverpackt. Ja, das ist ja auch immer ein Faktor bei mir. Naja, ich drehe mal die Kamera um und zeige euch, was ich koche. Also hier sind noch Reste von heute Mittag. Und hier in der Pfanne ist Zucchini, Sojageschnetzeltes, Lauch, Blumenkohl, ähm, wie heißen die Rote Linsen. Und Gewürz, was ich im Food-Sharing-Schrank gefunden habe, das Himalaya-Salz mit irgendwie Kräuter sind da drin. Und hier koche ich Penne. Das ist jetzt nicht mehr ein Gluten-Frei-Challenge, ist ja vorbei, sondern ganz normale Vollkorn-Nudeln. Und das kommt dann nachher da rein, wenn das fertig ist. Und ich zeige euch, wie es dann aussieht. Denn dieser Rest kommt auch noch rein und wahrscheinlich kommt da noch eine rohe Paprika rein. Und wahrscheinlich habe ich zu viel gekocht. Und da ist mein fertiges Essen. Sieht gut aus, ist lecker, weil ich habe zu viel gekocht. Und das gibt es jetzt. Und danach natürlich Dessert. Und hier ist Dessert, eine Birne. Und das war es. War langweilig, oder, dieses Video? Und das war der Tag. Und der war langweilig, ich weiß das. Aber das ist eigentlich so das, was ich mir vorgestellt habe für nach der Challenge. Also abgesehen von Frühstück, da soll schon Gemüse drin sein. Aber sonst so, so eine Gemüsepfanne, die ist dann einfach so schnell gemacht. Und da ein paar Sonnenblumenkerne drauf, dann habe ich das mit dem Vitamin E. Und was ich auch noch wichtig finde, ist Nüsse nicht pur zu essen. Nüsse sollte man immer irgendwie unter was drunter rühren. Also jetzt zum Beispiel die Sonnenblumenkerne in der Gemüsepfanne oder eben die Paranuss ins Frühstück. Weil bei Nüsten, wenn man die pur isst, kann man nicht aufhören, die zu essen. Und in so einer ganzen Mahlzeit fällt das nicht so auf. Ja, und daher war ich ja eben für sich zufrieden mit dem Tag. Was ich auch noch gemerkt habe, auch jetzt im Rahmen von Challenge und Leben und so weiter und so fort. Ich bin ja zwischen Januar und Februar jetzt runtergegangen mit meiner Arbeitszeit von 40 Stunden auf quasi 32 Stunden. Neben YouTube und dem ganzen Internetkram. Und gestern war frei und ich war definitiv wesentlich lockerer in meinem Essen. Also was heißt lockerer? Der eine oder andere kennt das, der schon mal High Carb ausprobiert hat und dann festgestellt hat, der hat nicht auf zu essen, der hat kein Sättigungsgefühl oder sowas. Das ist nicht das Sättigungsgefühl, nicht wirklich, das ist so eine Art Befriedigungsgefühl. Und wenn man unter Stress isst, dann taucht dieses Gefühl nicht so richtig schön gut auf. Und wenn man entspannt ist, dann sieht die Welt gleich ganz anders aus. Und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich das jetzt gemacht habe, dass ich mich dazu durchgerungen habe, ein bisschen weniger auf Sicherheit zu gehen, sondern mehr in Richtung Wohlbefinden und Lebensgefühl und so. Und was habe ich noch gesagt? Habe ich das gestern gesagt? Genau. Der Lebenssaft, der koppelig aus dem Essen, der kommt aus dem richtigen Leben. Wir sollen nicht essen, um glücklich zu sein, sondern wir sollen leben, um glücklich zu sein. Und daher Befriedigung kriegen und nicht von Mahlzeiten. Ja, und deswegen habe ich das gegessen, was ich gegessen habe. Und es ist langweilig, wahr? Ist es die bessere Wahl? Ja, das war's. Also, also, das war's dann für die normalen Zuschauer für diese Woche. Die Patreons kriegen morgen noch ein Video. Ich will euch auch heute wieder animieren, meinen Newsletter zu abonnieren. Der ist da unten drunter verlinkt. Und wenn man den abonniert, dann kriegt man ein sechsteiliges Mini-Essucht-Coaching. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn man da Abonnent bleibt und sich nicht wieder abmeldet, nachdem man dieses Mini-Coaching bekommen hat oder den raus ist der Lust voll gut, denn dann hat man die Chance, einmal im Monat unter allen Abonnenten an einer Verlosung teilzunehmen. An, oh Gott, jetzt verhaspel ich mich total. An zwei, nein, man kann gewinnen, zwei Sessions Ernährungs-Coaching mit mir. Denn ich will, dass ihr Abonnenten bleibt des Newsletters und euch nicht wieder abmeldet, nachdem ihr das Free-Me bekommen habt. Ja, und das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, obwohl es langweilig war, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich, ich sage tschau. Bis Montag an die normalen Zuschauer und bis morgen an alle Patrons. Aris Elke.